Ja, danke. Weiß ich denn welche das ist? Nein, weiß ich eben nicht. Ich muss also ausbilden wie ein blödes Spiel. Danke, dass du mir die Zeit lässt. Ich mach Eis. Was ist denn unbewuscht? Was? Das ist echt Wasser? Oder ist das nur verarsche? Hat gar keine Anfälligkeit. Ich glaube, das ist verarsche. Au. Wasser. Feuer. Echt jetzt? Ah. Doppel echt jetzt. Also, mal so, mal so. Toll. Hättest du anders machen müssen. Direkt dann das letzte Element volle Kanne mit Wasser machen. Kann man vorher nicht ahnen, leider. Feuer. Ich hab vielleicht Glück. Nein, hab ich nicht. Scheiße. Scheiße. Ja, ich weiß. Ah, ist das blöd. Ich will es einmal mit dem Supertower versuchen. Und dann ist es quasi die Runde starten. Das ist echt dumm. Ja, ja. Au. Blitzer. So ist Eis da. Vielleicht ist der Reihenfolge nach. Kann auch sein. Aua. Das heißt, wenn es jetzt Eis da ist, wird es danach äh, äh, feurer sein. Hä? Ich zeige Anfälligkeitswechsel. Dieses Schwiederwasser. Warte, kurz. Das hat ja nicht an. Das ist auch Quatsch, was ich gerade mache. Ach, von Fägen. Anfälligkeitswechsel. Hier ist immer noch Wasser oder wat? Verarscht mich doch. Zack. Letzter Versuch jetzt hier. Danach ist es jetzt echt zu blöd mit dem Algen. Der hat sich gar nicht gewechselt. Der hat mich verarscht. Der hat mich total verarscht. Der skattert Wasser. Er hat Eber damit Blitz angegriffen. Gegen Blitz ist... Gegen Blitz ist Wasser gut. Und gegen Wasser ist Blitz gut. Ja. System durchschaut. Alles klar. Dann weiß ich, was er wann wie hat. Das ist schon mal gut. Bumm. Und Wasser. Also immer noch jetzt. Blitz. Nicht verarscht, dass du von dem. Das ist nicht gewechselt. Das ist wieder gleich geblieben. Dieser Typ, du. Aber ja, man muss echt so arbeiten, denn... Der hat zu viel lebt, offensichtlich. Mit normalen Angriffen wäre er immer noch nicht tot, wahrscheinlich. Auch wenn ich damit keine Zeit wahrscheinlich hätte. Egal, aber es ist... Ja, ja. Eis. Also einmal... Feuer. Ha! Siehste? Ich weiß genau, wie du dich berechnen musst, du Spinner. Plop. Plop, 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 plop. Oho. Aha. Mhm. Das heißt jetzt was genau für mich? Yeah. Alle King XP. Sehr schön. Ah. Auch schön. Level 2 er passt. Hm. Don't know if you can play it back. Jack left it here 10 years ago. Ah. Play it back. Mhm. Mhm. Weder ein Ju noch ein... Äh. So sah auch einmal aus. Irgendwie hässlich. Das war's alles in das. To show to my wife and kid, you know. Das ist no pleasure, Cruz. Hey, Braska. Ain't this supposed to be a grand occasion? Where are the cheering fans? The crying women? This is it. Too many goodbyes. People think twice about leaving. Hm. If you say so. Well, it better be a lot more colorful when we come back. A parade for Braska, vanquisher of sin. Hehehe. We should go. Day will break soon. Das war alles? Nein. Oran, could you stand closer to him? Ah. It's not supposed to be a grand occasion. Good. That should do it. Ja, toll. With the back. Echt, now. What's the matter? Afraid I might bite. Jacked? Braska, you should take one too. It'll make a great gift for little Yuna. I suppose. Lord Braska. We shouldn't be wasting our time like this. What's the hurry, man? Ugh. Let me tell you what the hurry is. Oran. Aha. What's the point? He wasn't on some pleasure cruise. I think there's more. Ah, ich wollte, muss ich auch noch mal fertig machen. Jetzt bin ich hier in der nächsten Landung gelandet. Das gibt's doch gar nicht. Dreck, ey. Scheiß Bosskampf, so angedauert. Hey. If you're sitting there watching this, it means you're stuck in Spira like me. You might not know when you'll get back home, but you better not be crying. Ha, er meint mich. Also, Tidus. Natürlich, nicht mich. But you know what? There's a time, when you have to stop crying and move on. You'll be fine. Remember, you're my son. And, well, never mind, I'm no good at these things. Hm, er hat ja wohl so ne Ahnung, dass ich hier landen werde. Anyways, I believe in you. Be good. Klingt so gar nicht nach dem Papa, den er so erlebt hat, ne? Bin auf seine Reaktion mal gespannt. Wahrscheinlich, hä, na und was soll's. He sounded almost serious, but it was too late. He was serious. Ach. Had already accepted his fate. His fate? Jack, he. He was always talking about going home to Zanarkand. Hat er gemacht, was ist denn? He took all those pictures to show them to you when he returned. Hm. But as he journeyed with us and came to understand Spira and Braska's resolve, it happened gradually, but Jack changed. He decided he would join Braska in his fight against Sin. So then, he gave up going home? That was his decision. I guess I understood. My old man, he knew there was no way back home, back to Zanarkand. He wanted to go home, but he knew he couldn't. He couldn't go on until he accepted it. Besides, even if he had found a way back, I don't think he would have left his friends behind before their journey was complete. Alright. Let's go, guys. Maybe I had to start accepting my own fate. Es ist doch schon wieder so ein Quatsch, ey. Statt sich zu wundern, was? Er hat das für mich gemacht? Er hat mich angesprochen? Er hat gedacht, ich komme auch noch Spira? Das wäre meine Gedanken. Hä, woher weiß ich, dass ich hier bin? Wie kann er das wissen? Wie kann er das ahnen? Aber das wird überhaupt nicht mehr andersweise erwähnt, so ein Gedankengeist. Es ist unglaublich. Titus ist so ein Vollpfosten. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Ebenfalls einfach nur... Jaxx Spheroid. Über ganz Spira sind Spheroiden verteilt. Die Jaxx-Aufnahmen von vor 10 Jahren beinhalten. Jetzt, da die Spheromasse besiegt ist, wurden all diese Spheroiden entsiegelt. Juhu! Auch nach der Ekstase-Technik Holosiderit erlernt. Toll. Gut für ihn. Glaube ich. Spherobretto. Oh, Level 2 Pass könnte ich direkt benutzen hier unten. Die Kinder wohin? Zu Lulu? Ja. Nein. Die anderen Troller. Die nicht so coole. Da käme ich hin. Nein, das lohnt sich für mich nicht. Wird in Ruhe gelassen. Nein, ach. Meine Güte, ich will... Dein, bitte. So, ein bisschen mehr Leben. Bisschen mehr Angriff. Schaden bei Auron ja nie. Hat davon nicht genug. Denkste. Guck ich eigentlich hier hin? Dann hat nicht da... Ist auch noch alles unangetastet, tatsächlich. Aber hier bräuchte ich dann auch mal Level 3 Spheroiden, um weiterzukommen. Oh, Level 4er sogar. Und dann wäre ich hier, wo Tidus ist? Ja. Da wäre ich dann. Okay. Nächster. Flupflup. Ich könnte auch hier schon ein Level 2er-Part ausgegeben, aber... Nee, nicht für Lulu hier. Das ist Quatsch an der Stelle. Hier käm ich... Ach. Ich brauch's eigentlich gar nicht überhaupt nicht. Für ihr hier an der Stelle gar nicht, weil sie soll ja magisch bleiben. Ich hab jetzt nicht vor, sie auf Nahkampf zu machen. Da hier erstmal Magie spezialisieren. Und wenn ich dann noch irgendwann genug habe, kann ich immer noch weitermachen. Aber das ist auch Zukunftsmusik bisher. Das ist ja nichts... Naheliegendes. Ich hab keine Glückssachen mit mir nichts. Tut mir leid. Hm. Rico, beweg dich mal. Flup. Kann von oben hier nach unten und nach unten nach oben und... Überhaupt sowieso. Treffer ist gut. Finde ich super. So. Auch wieder was kriegen. Net wie ich bin. Flup. Yeah, Kimari. Fast geschafft. Die nächste Hemisphäre in... Na? Na? Geschwindigkeit. Geschick. War das, ne? Hä? Achso, doch da. Ah, meine Güte. Ja, geschickt zu erreichen. Naja. Glück, Abwehr... Blub, blub. Okay, alle. Juna kann noch ein bisschen warten. Gesagt. Vielleicht nutze ich auch noch mal die Stelle hier ein bisschen zu grinden jetzt gleich. Ist das gleich, also... Nach Ende in der Aufnahme, die gleich... Das gleich passieren wird. Ich würde auch sagen... Diese und vorige Folge mache ich ein bisschen kürzer als normale Folgen. Weil ich jetzt nicht noch mal die Zeit oder die Lust habe, weitere 10 Minuten zu spielen. Nein. Jacked loved you. Nein. Oh, come on, please. You just didn't know how to express it, he said. Enough about my old man, okay? I just thought you should know. Ja, okay. Ja, okay. Thanks. Na ja, na ja. Berührt mich emotional... Null. Gerade. Da Titus ein Idiot ist, ich verstehe, dass er eh nicht leiden kann, weil er so ein Idiot ist. Also... Ist einfach so. Warte mal ganz kurz. Ich will noch mal eben nach oben gehen, gucken, was da passiert. Ob da was passiert. Flock mal da, ein Bettbüchlein. Wichtige Sache. Aha. B wird zu... Warte kurz, wo ist... Mein Zettel mit den Buchstaben, die ich aufgeschrieben habe. Hatte ich BP-Show? Ich glaube, nein. Da ist er. Ah, bist... Äh, fallen gelassen. Na toll. Und... Nein, habe ich noch nicht gehabt. Cool. Kann ich ja bald alles lesen. Aha. Du schon wieder. Okay. Ich will Ausrüstung. Kür? Holt ich gar nicht. Was soll... Ach, guck, einer. Toll. Toll. Wie er es gewusst hätte, ne? Ja. Gleich besser geworden, das Teil. Unglaublich. So eine Sauerei aber auch. Richtige Sauerei. Hui. Ja. Ich bin treu auf Wacker-Kunde. Naja, was auch immer. Wups. Nein. Ich wollte keine Sequenz. Nein. Zurecht. Bist hässlich. Wollt sie kratzen. Äh, ich würde sagen, du bist auf jeden Fall ne Putze. Aber ich glaube, Flieger ist hier nicht. Yeah. Ich denke so, too. Hm. You know, I might just give it a try. Der taugt dich zum Krieger und... Keine Ahnung. Ich denke... Ach, hier kommen Kämpfe. Ich denke, es ist tatsächlich sinnvoll, das so zu machen. Und das... Äh... Noch mal du. Ach so, Primativschlag macht nur er alleine, oder was? Doch, das wird doch für die ganze Gruppe gelten. So, da habe ich mich wohl getäuscht. Bedauerlich. Aber eben ran mit seiner Dragonik. Ah ja. Überraschend habe ich nichts gelernt. Och. Hat so viel Leben, der Typ. Echt, ohne Lulu und ihrer Magie wäre ich so aufgeschmissen in dem Spiel hier. Das ist eigentlich das Einzige, was momentan wirklich Schaden austeilt. Das ist schon so eine ganze Weile. Grausam. Ich komme noch nicht lang, nicht. Keine Chance. So. Kommt mir sehr bekannt vor hier. Auf einmal. Ach, der schon wieder. Nein. Oh, ey. Der Typ ist so nervig. Ich hoffe, Lady Yuna would defeat Sin and bring the calm to Spera. Hä? Hat sich das was noch vor? Yuna is still gonna journey, even after she's married. Oh, that is also great news. Her resolve is admirable. Der riecht jetzt so scheiße. Guck ihn an. Ich spiele er... Hä? Albert, Lexik und... Achso, Seroid-Dinge. Ja, okay. Kann ich also da noch finden. Okay. Tja, naja. Bringt mir, glaube ich, gerade nicht wirklich was. So, dann werde ich mal zurück zum Speicherpunkt laufen. Speichern und heute ausmachen. So, noch fast zwei Folgen vollgemacht wieder hier. Ah, ja. Ah, Spetterling. Speichern. Und dann, liebe Leute, bis zum nächsten Mal bei Final Fantasy X, dem Stressprogramm. Ciao.